ich bin jetzt hier am kochen sozusagen was so aussieht dass ich das essen auf teller getan habe und jetzt warm mache ich zeige es auch gleich mal ich wollte nur mal einmal hier moment ich bin total glitzy glitzy ich hab so ein glitzy oberteil ich hab ein glitzy rock und jetzt kommt das highlight das passt doch perfekt zu 2020 das essen das war hier alles in so pötten hier sind auch so rotweinbirnen und ich hab das auf so teller gemacht und das jetzt einfach in der mikrowelle war und diesen mikrowellen teller sind natürlich weg keine ahnung wo der ist ich muss jetzt hier so und alles steht voll was total nervig ist weil der mann dachte es wäre eine super idee wenn ich am neujahrsabend noch da hinten dieses loch für die spüle rein bohr dann war alles voll gestaubt alles steht voll gute sache auf jeden fall das alte ist vergangen das neue demnächst angefangen alles gute fisch nur ja ich kann nur besser werden wir sind vorbereitet wir haben hello kitty very mixed sekt limited edition sogar der ist auch schon abgelaufen der muss weg aber dann musste man 2020 trinken was zu klavern geschafft was ist mit dem sekt 2020 mussten wir den schnell trinken eigentlich bis juli 2000 musst du ja nicht verraten so Andy hat sich heute den ganzen abend bei mir genommen kann nur besser werden im neuen jahr ne willst du noch was sagen es kann nur besser werden im neuen jahr toll noch 40 sekunden dann sind wir 2020 endlich los wir haben hier noch und erlaubt das fischfeuerwerk gefunden mit einem schwein da habe ich mir aber mehr von versprochen also ich dachte da kommt ganz viel raus es hätte uns beinahe die kohleuchte zerschlossen geschwerte ich doch nicht noch die ist zwar länger aber hat ja nur abgezählte sterne wo bin ich denn wo ist denn meine da ist meine frohes neues jahr geht richtig ab hier jetzt wenigstens noch ein paar knallerbsen vom balkon schmeißen könnte also ich habe gelernt f1 ist erlaubt man sieht mich aus wie ein inui ich habe gelernt f1 ist erlaubt und ich habe knallerbsen und jetzt knallerbsen sind die geilsten sind alle weg meine mutter zieht sich was weimeres an der ecke endy kommt wieder so jetzt versuche ich ihn mal hier mit aufs video zu kriegen sagt doch mal was nettes zum neuen jahr sagt was nettes frohes neues frohes neues jahr wünschen wir euch von herzen von herzen nicht von herzen von herzen ja ja